Was ist das letzte, woran du dich erinnerst? Ganz plötzlich war da ein Licht. Und dann bin ich gefallen. Und wer seid ihr? Ich sollte vorgestern exekutiert werden. Ich war im Kampfeinsatz. Ich genauso. Black Ops. Yakuza. Wir müssen als Team arbeiten. Sieht das hier für dich nach teamorientierten Kandidaten aus? Sie können dich hören. Dich riechen. Und dich sehen. Wir wurden auserwählt. Wofür? Dieser Planet ist ein Spielfeld. Und wir sind das Spiel.